Das ist mein Zauberbuch. Dann zeig uns das doch mal. Hier ist eine Tasche, da drüber auch. Und das, was du zuhältst, ist dein Name, ne? Den haben wir noch draufgeschrieben. Dann zeig uns das doch mal. Hier innen sind noch drei Taschen. Beim Umschlag hat dir die Oma geholfen und die Blätter hast du ausgesucht? Ja, dann zeig mal. Dann gibt es hier so ein schönes Bild. Dann kann man hier ein bisschen malen. Hier kann man auch malen. Hier sind Party-Eulen. Ja, fein. Oh, wer kommt denn da? Und eine Tasche. Sehr schön. Hier sind noch diese Katzis. Und noch ein paar Hunde. Hier kann man auch wieder malen. Auch noch mehr Katzen. Und Hunde auch. Ah ja. Oh, und Herzen. Eine Seite voller Herzen. Hier ist mein Lesezeichen. Ja. Hier sind wieder die Hunde und Katzen. Dann wieder die süßen Katzen. Und ein bisschen Wasser hin. Oh, und da kommt ja... Ach, da ist ja schon ein Bild drin. Ja. Hast du schon was aufgehoben? Sehr gut. Für meine besten Freundin. Hier sind wieder die süßen Hunde. Dann gibt es wieder die Party-Eulen. Dann kann man wieder bester Mann. Dann sind wieder die Pics. Hier sind wieder zwei Taschen. Und hier noch zwei. Und das ist das Ende. Fein. Und unten sind Perlen dran. Ja. Die hast du auch selber ausgesucht, stimmt's? Ja, super. Passt gut drauf auf. Ja. Das Schönste ist. Okay. Vielen Dank.